Nachricht von Unbekannt Hallo Hey Tanja Hm? Warum ich nicht zurückgerufen hab? Ich hatte gestern keine Zeit Wegen dem Kunstprojekt und so Ja Und dann hat mir auch noch gestern jemand eine Mail geschrieben Voll seltsam Hallo stand da Dann hab ich kurz weggeguckt und dann War der PC aus Ich bin nicht verrückt Ähm Tanja Ich ruf dich gleich nochmal an ja Willst du mit mir schreiben? Abschicken Abschicken Von mir aus Schicken Was machst du gerade? Chatten und du? Hallo? Hey Tanja Was ist denn? Nein ich hab heute keine Zeit Ich chatte mit meiner Chatfreundin Ja die die auch gestern mit mir getötet hat Und vorgestern und vorvorgestern Spinnst du? Ich bin nicht sehr verrückt Nein da kann gar nichts passieren Ich muss jetzt auflegen Ja bis morgen Tschö Wow ich bin 12 Uhr Mittag acht Ich muss mal langsam ins Bett Sie schreibt wieder Gib mir deine Telefonnummer Das ist aber keine Antwort auf meine Frage Nein Wow schon 2 Uhr und sie hat immer noch nicht geantwortet Vielleicht ist ihn beleidigt Egal ich geh jetzt schlafen Ich wollte mir doch nicht was schlafen Ich wollte mir doch nicht was schlafen Du rufst deine 5 Minuten Zeit Hallo? 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 Oh Gott Oh Gott Oh Schon wieder angefangen. Ja? Hallo? Wer ist denn dran? Wer ist denn dran? Wie ist denn da? aus wow, schon zwei Tage her, ich schreib mir gar nicht mehr warum schreibst du nicht mehr, abschicken nutzernamen nicht gültig, abschicken ging nicht hä, wie nutzernamen nicht gültig ich mach den ganzen Tag auf sie und sie ist schon elf und sie schreibt da einfach nicht mehr hallo? wer bist du? wer bist du? schon wieder? wer ist das? was soll das denn? das ist doch nicht normal hör auf mich anzurufen hörst du, hör auf mich anzurufen mein, jetzt hat wieder dieses klingelt das macht mich noch wahnsinnig jede sekunde was soll das für ein Geräusch? schon wieder ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann's aus. Ich kann's aus. Ich kann's aus. Es geht aber von selbst nicht mehr aus. Normal. Und ich sag jetzt bitte nicht so doof. Los! Los! Mörli! Ich versuche zu arbeiten! Eins, zwei, drei. Warum? Hallo? Hallo? Das Film wurde im Aus. Das Film wurde mir aus. Das Film wurde mir aus. Nein, ich finde das Problem. Das Film wurde mir aus. Vielen Dank.